Probieren wir mal die gelbe. Die grüne, die ist viel, viel süßer. Die schmeckt viel mehr nach Mango. Und die schmeckt auch zwar nach Mango, aber ein bisschen anders nach Mango und ist saurer. Ich habe ja schon im ersten Video die gelbe Drachenfrucht gezeigt. Die schmeckt original wie die mit dem weißen Fruchtfleisch. Wenn ihr die esst, habt ihr rote Scheiße. Ich habe sehr viele Früchte ausprobiert. Bye!